So, jetzt denke ich mal, können wir los, meine lieben Leute. So, hallo und herzlich willkommen zu euren Tornado's Dream. Heute spielen wir Top Table Racing Tour, oder wie das heißt, oder? Wie heißt das? Table Top Racing World Tour, genau. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier einfach mal einen bunten und spielen eine Runde. Und gehen gleich hier auf Meisterschaften. Ich gebe zu, ich habe eine Runde schon gespielt. Wo war denn das? Und ich würde gleich sagen, wir gehen gleich auf die, was ist denn das hier? Äh, äh, ja. Zeitrennen. Schließe mehrere Runden ab, bevor die Zeit abläuft. Dazu sind saubere, beständige und akkurate Rennlinien und die Strategieverwendungen der Turbo Power Ups nötig. Boah, egal, komm. Zu spät schon. Äh, was geht hier los? Egal, wir fahren einfach. Steuerung, aha. R2 Beschleunigung, Bremsen, L2. Oh, das sieht ja auch geil hier aus. Voll die Bar, oder was? Wir werden fahren. Komm, go. Los. So, wie schnell wir können. Schön, die Kurve. Oh, Speedhammer. Ey. Äh. Achso, wir kriegen also nur so Booster. Also, jedes Fragzeichen ist einfach nur ein Booster. Hat man hier eine Handbremse? Boah. Nicht schaffe ich das. Schön dann mit Bratfähnchen vorbei. Schön die Kurve, Schikale fahren. Schön die Curbs geschnitten. Löffel weggestoßen. Katze winkt schon. Und. Ich muss mal gucken gleich bei den, äh, Einstellungen, ob es hier eine Handbremse gibt. Über die Kante. Ah! Nicht auch da. Hehe. Und an der Potte vorbei. Wann bremse ich da eigentlich? Dritter nur? Boah, das ist aber nicht wirklich prickelnd. Es geht weiter. Hm. Wollen wir wiederholen? Okay, wir wiederholen. Äh. Äh, Autozyk. Scheiße, das hab ich nicht so schnell lesen können. Äh. Ne, egal. Komm. Fangen wir jetzt mit hin. Gut. Äh. Ne, Terrastab, ey. Gibt keine Handbremse oder was? Das regt mir jetzt auf. Egal. Oh, komm. Voll in die Pfanne rein. Ey, du blödes verdammtes... Ich achte jetzt auf die Mini-Map, dann kann das ja nur gut gehen. Okay. 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 Voll rein. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Wiederholen wir den Scheiß. Oh, komm. Oh, komm. Ne, wiederholen. Dann bin ich getroffen. Nicht getroffen. Durch. Den Löffel und das Pop-Money durch. Das Decken-Spiel. Das Decken-Spiel. Ich hab mal die Karre kaputt gemacht gleich. Äh, ist der Fini vorbei. Bobi. Wie ist der Fini vorbei? Der Fini vorbei. Ich frage mich ab. Der Fini. Der Fini vorbei muss. Alles klar. Ich bin Schubert. Ah, an der Katze vorbei. Und Teller da, weg. Eck da, du Ding. War, war, war. Ja, wie ist der Zweite? Was müssen wir machen für eins? Oh. Eins, drei ist ein hart. Aber okay, das machen wir nicht. Schlecht. Aber wir machen weiter. Hm. Spark. Hä? Los. Auto ansehen. Wer will denn Auto ansehen machen während der Fahrt? Die Karten sehen schon richtig cool irgendwie aus. Ein bisschen verspielt. Was habe ich denn jetzt hier für eine geile Scheiße? Was muss ich denn jetzt machen? Also ich fahre einfach erst mal los. Ah, los hier. Fahr, du verdammte Ding, du. Du Autoteil. Noch wieder so eine scheiß Zeitgeschichte. Weg da mit der Murmel. Also jetzt sieht so hier so ein bisschen aus wie Curry-Tricks. Wer kennt von euch noch Curry-Tricks? Das waren diese Schienen, die man so bauen konnte. Mit diesen Autos, die so eine Batterie hatten. Und weg. Und weg. Zieh rum, du ölle Karre. durchgequält durch die Kurve, nochmal durch die anderen. Mensch. Komm, hol sie ja. Nein, ich fahre durch. Du bleibst drauf. Boah. Das schaffe ich. Sieben. Nö. Ohohoh. Ey. Yeah. Drei. Geht voll ab. Okay. Und haben wir noch jetzt schönet. Rinn. Okay. Oh, jetzt haben wir mal ein Rennen. Bin mal gespannt, wie ich da abschneide. Das ist ein Motor wackeln. Okay. Ey krass, wie, was war das für ein Start? Was haben die denn da? Weg da mit der Öl. Ölflasche. Öl. Erstmal ein bisschen drängeln hier. Ich geh mal von der Straße zu. Öh. Ey, die gehen ja voll ab. Was hab ich? Blitz. Okay, das bringt gar nichts auf die Distanz. Ja, das ist ja so richtig. Von der Geschwindigkeit so eine Rentnersache, war. Wenn ich überlege, wenn ich diese Formel 1 spiele, bin ich gewohnt. Jetzt geht ja hier richtig langsam ab. Und. Bäm. In die Mauer. Und erinnert. Und kaputt. Scheiße. Scheiße. Kann auch nicht wahr sein. Ist das jetzt so schwer? Ja. Ich hab einen Stromschluss gegeben. Äh, Stromschlag. Muss man so hart in die Eisen gehen? Richtig runter hier vom Gas drin? Okay. Machen wir so. Müssen wir auf der Spur bleiben. Trinkt ja nichts. Hier haben wir uns. Geschrottet. Weiter zum nächsten Ergebnis. Boah. Boah. Meisterschaftsevent. Zusammenfassung von dem Rennen. Nö, wirklich nicht. Los. Das Auto ist aber auch scheiße. Also irgendwie scheiße. Ich hätte mir mal diesen Käfer nehmen sollen. Ich glaube, der ist ein bisschen agiler, ein bisschen spritziger. Jetzt habe ich den Salat, jetzt muss ich da durch. Mal ein bisschen so machen, bis das ein bisschen anders sitzt hier. Oh, jetzt wieder hier so ein Zeitrennen? Okay. Wie macht man denn das, dass man so einen krassen Start hat? Das hier durch die Cola-Dose drin. Ist aber auch träge, das Dinger. Boah, der war gut. Das sieht sich auch. Ding-Verträge. Achso, zurücksetzen. Also weg hier. Ist ein Ding da. Durch da! Geh durch, du verdammtes Ding. Ich fahre, weil ich es kann. Ich fahre, weil ich es wage. Einfach so. Durch und durch. Und gehen die Wand. Und kaputt. Was soll ich sagen, Leute? Ich würde mal sagen, wir lassen das. Das ist ein guter Test heute gewesen. Und wir machen das mal die Tage dann nochmal. Und dann werden wir sehen, ob das überhaupt hochladen würde. Bis zum nächsten Mal.